Bäm, los geht's Oh, und ich bin schon wieder drüber geflogen Wuhuu, wuhuu, wuhuu Ich hab's geschafft! Ich brauch nur den Checkpoint Mania Drive, was ist denn das jetzt für ne Strecke hier? Die kenn ich noch nicht Die ist cool, da geht's richtig gut Immerhin hab ich die Karte sofort bekommen Oh, es funktioniert die Lenkung nicht, weil's mehr Oh, was ist... Moment los Immer, Gosheka, immer die Lenkung ist es Was ist denn los mit dir? Ey komm, jetzt holst du den Checkpoint hier und Ja, und dann hinten einfach runter Oh, 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 yes 30 Sekunden noch, schaff ich das? Ne, das schaffst du nicht Er ist vorbei jetzt auch Oh man, ich bin gerade jetzt gekommen Ich hab gewonnen Dritter Platz Oh, das krieg ich nicht hin Ich bin nur einmal durchgekommen, gleich Bestzeit Yeah Bin zweimal durchgekommen Oh, der wärs jetzt auch... Jetzt ist echt schade, der wärs gewesen jetzt Ich seh nur Meltdowns 2 Schade, schade, sehr sehr schade Aber die Steuerung mit dem Sprung geht gar nicht Nein Nein, nein Geht da Ja Was ist denn los mit dir? Lucky, wo ist deine Bestzeit hin? Ich war nicht da, ich hab die Aufnahme gestartet Jojojojojo Next round Next round Next round Auf geht's Oh, ein Tunnel Geil Ein Tunnel? Das ist... Ja Fuck it, das kann doch nicht mehr mal Die ist ja voll lang die Strecke Das war richtig geil Boah, da gibt's eben viele Tunnel Und ich bin auf dem Tunnel Die Tunnel sind ja richtig scheiße Ja, ich bin Ja, ich bin Ja Und dann zieht er dich zurück Was ist das denn? Wenn du auf dem Tunnel... Canyon Eye, da ist das Okay, so... Stell dir mal... Wenn du auf dem Tunnel bist, zieht er dich zurück Nein... Ich muss rückwärts fahren, scheint Rückwärts fahren ist so abgefuckt Rückwärts fahren ist so langsam Das geht überhaupt nicht klar Das muss hin oder her Aber 15 kmh rückwärts geht halt überhaupt nicht Nicht in nem Rennspiel Nein, das ist gut Nein Jawoll Das Spiel hat halt überhaupt keinen Ton, ey Scheiß darauf Ton Das ist total faszinierend, dass man halt wirklich keinen braucht Doch Du brauchst keinen, weil du mich als Quelle hast Nein, es gibt es doch nicht Es gibt... Jetzt dreh dich doch um, Karre Ich hab... Ich hab... No Ex hier Du musst doch zurücksetzen Nein Komm, schieb deinen Arsch nicht in mein Sichtfeld Doch, ich brauche es gerade Als seelischen Aufruf Usbobakel, schneller Dicht... Was... Ey... Pfff... Ich find keine Worte gerade Wo ist denn mal ein Checkpoint oder ein Ziel oder irgendwas? Kann man überhaupt zum Checkpoint zurücksetzen? Nein, das geht glaub ich nicht Ich glaub die sind nur dafür da, damit du nicht abkürzt Mit Looping, ey Mit Looping 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 auch noch Looping? So spät kommt der Looping, Alter Das ist ja arschig Ich hab'n geschafft Ich hab'n geschafft Ich auch Ich bin grad total angespannt Und schon wieder gedreht Und das mitten im Tunnel Das gibt's doch nicht Das ist denn ein fucking Checkpoint Wo geht's denn hier noch hin? Ich komm' um Nein! 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 Das ist nicht wahr Nein! Oh, Glückhaft Oh, Alter, die Strecke ist viel zu lang Oh Gott Hat seine Karre auch gerade zerrissen Ja! Wohin fährst du? Ich brauch's doch gar nicht mehr anfangen Das ist ein Looping Jetzt... Nein, 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 nein! Ey, jedes... Ich bin irgendwo Was ist das denn? Wenn du auf dem Ding drauf stehst Dann hast du Rückwärtssteuerung Hä? Vorwärtsdrücke fährt er rückwärts Oder nicht rückwärts Rückwärtsdrücke fährt er vorwärts Auf welchem Ding denn? Auf dem Tunnel Scheiße! Weißt du was das ist? Ja, der Ding wahrscheinlich Du stehst auf dem Kuppel oder so Ja Awesome! 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 Und jetzt schon wieder auf dem Tunnel Und jetzt auf die Fresse gefallen Debo DeMarx, wo fährst du dahin? Debo kann ich antworten Ja Also ich bin jetzt das zweite Mal beim Looping Ich bin... Und das in einer... In einer Fahrt Ey, das gibt's gar nicht In einer Fahrt? Die nächste Runde geht rückwärts Jetzt noch einmal über Kopf Eine Runde, eine Wahnsinnsfahrt Wer will noch mal? Wart noch nicht Das Beste ist ja Wenn du rückwärts rollst Und du fährst rückwärts Wirst du langsamer Weil du brämst Awesome! Gibt zwei Looping's? Alter! Ehrlich? Ja! Nein! Die Runde kann man doch gar nicht schaffen Da kommst du doch gar nicht durch Ey, ich glaub auch nicht Das ist komplett ausgelegt Für vier Minuten Apples Wenn du einmal zurücksetzt Ist es vorbei Nein! Er ist rüber gesprungen Und jetzt bin ich auf den Kopf gelegt Ich fahr nicht mehr los Das lohnt sich gar nicht Ich fahr aber rückwärts einfach Ich bleib jetzt hier auf dem Kopf Da bin ich draußen Drückwärts fahren Drückwärts fahren Drückwärts fahren Drückwärts fahren Schön chillemülle Rekord ist eine Minute Seht ihr das? Eine Minute Ach, die sind doch eh alle Gescheatet Wer ist denn da bitte rumgeglitscht? Ja Voll gescheatet Alles durch Alles durch Ich bin durch den ersten Loopling Uh Was? 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 2 Minuten 43 Ist das tatsächlich nicht schon? Ach hör doch auf ey Ich bin jedenfalls durch den ersten Loopling Voll der Cheater Stachel Gewitter ist der einzige Nein, 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 nein Oh Scheiße Stachel hat die ganze Zeit nix gesagt Der hat sich konzentriert Und das Ausletzte Er war so konzentriert Der ist bestimmt total langsam gefahren Aber die ganze Zeit So So Mh Wie so ne Oma Mh Das rückwärts gefahren ist das Schön hier Renuclio Style Schön 80 gedrückt Und nicht ein Kilometer mehr Ich glaub das Ich glaub echt das rückwärts gefahren Jawoll, jawoll Ich bin teilweise rückwärts gefahren im Tunnel Im Tunnel rückwärts fahren ist ja voll verboten Ich lade das Video nachher auf YouTube Vorausgesetzt Ich habe es pornugtig aufgenommen Bestimmt nicht Hast du mit FF MPEG gemacht oder wie? Ja Und mit... Wer ist da gerade entgegengekommen? Ich Ich wollte mal andersrum gucken, hier ist noch ein Looping Wo ist Looping? Ja komm, game over Ja, game over Aufschneul Die war ja mal richtig krank Ja, die war auch nicht schön Boah, die coole Wolke die man... Jetzt kommt goodjump, oh kacke Oh nein Ja super Wer stellt eigentlich die Maps ein? Die sind drunter, die Standard-Maps Und Looping! Und over troppeling Alter, jawoll Looping wäre noch? Der wäre sowas von keinem drauf Nein, nein, ich... Dreh dich, dreh dich doch Ich bin durch den Looping, wenn du dich auch abgekürzt Ich geh den Out Nein! Ja, finish! Juhu! Nein! Finish! Ich bin noch drauf, ich bin noch drauf, ich bin noch drauf Ich bin noch drauf, ich bin noch drauf Und jaaaaaaah! Alter, meiner springt schon am Rand in der... Gott, der war fest, ey! Und ich geh jetzt auf den Kopf Na toll Weil du nach dem Sprung noch auf der Strecke bleibst, bist du schon gut Oh geil, der war richtig geil! Bei mir fängt die Karre schon anzuspringen, bevor er überhaupt oben ist Ja, bei mir auch Und der Looping ist echt gut Jawoll! Das kann sein! Kinder, Kinder, Kinder! Das gibt es! Yes! 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 Bitteschön, meine Herren! Okay, Melder, du wuschfärgste Garfunkel! Ah, schade! Melder hab ich fast nicht erreicht, ey! Meine Karre legt sich auch immer auf den Rücken, wenn sie will, nach dem Sprung Ja Ich fahr immer rückwärts in der Scheiße Ich versuche jetzt, mich jetzt einmal kurz rumzudrehen, aber es klappt auch nicht Halb, man kann sich... ey, man kann sich in der Luft drehen! Ja, ja, halb So, jetzt fall nicht ein, ich fäll da von der Strecke runter, das gibt's doch nicht Wollte abschi, ich wollte abkürzen Was ist denn los, du dir? Gemeld, sei jetzt leise! Aus dem ganzen Spaß kaputt Warum? Äh Scheiße! Jetzt hat er sich schon wieder Los, 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 fahr da rüber, fahr da rüber, ja, ja, genau Sekunden Platform Okay, wer findet jetzt alles an der... als einem Looping vorbei? alle Ja lacht Ich krieegs nicht hin Boah, da ist ein riesen Loch unter dem Looping Ja 네in Es ist ja ein Loch Ich wollt's bescheißen, aber es ist ja ein Loch Hehehehe Boah, ich komm immer aufm Kopf der 1 an. Jedes Mal. Der Looping, Alter, das ist der Hammer. Ich freu mich grad total. Der hat auch beschissen. Wer? Wer? Weltreal. Nee. Der hat den beschützen, der weiß wie's geht. Ich bin ein ganz ehrlicher Spieler. Du musst mich an ein Test spielen sehen. Ich bin schon wieder verrückt. Rechte ich gut hier. Der ist echt verdrückt. Der geht gar nichts. Ach komm, hör auf. Oh nein, 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 nein. Ich glaub das wird nichts hier mitmachen. Wir haben noch. Oder waren grad wieder Hardcore-Motor-Geräusche? Ich komm aber auch nicht vom Ball. Ich fühl mich grad wie im Rennen hier mit dem. Scheiße. Ja, das kann wenigstens eine bessere Zeit werden als Bord. Also die haben hier unterhalb der Bahn, haben die hier so ein richtiges Quadrat ausgeschnitten. Wo man nicht mehr rauskommt. Ja, der kommt schon raus. Das hab ich schon bekannt. Vermute mal, die wissen auch genau warum. Bei mir steht wieder das Spiel, weil der mich nur durch das Ziel gefahren bin. Ich schätze hier gleich wieder ein Time-Out. Ey, jetzt bin ich auf vierten Platz, hör doch mal auf. Ja, Time-Out. Ich muss dann mal wieder raus und wieder rein. Alter, jetzt hat er sich auf den Kopf und jetzt natürlich vor einer Strecke. Natürlich. Wieso hab eigentlich nur ich Time-Out? Weil wegen Arch. Ich geb dir gleich Arch. Der Meldinger, der ist glücklich. Boah. Alter, was denn? Dass der da immer so ne Stunts macht. Oh ja, komm, 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 komm. Nein. Scheiße. Was ist los mit dir? Keine Ahnung. Er ist plötzlich abgezogen zur Seite wie sonst was. Ohne dass ich irgendwas gemacht hätte. Nein. Nein. Wo bin ich? Wo bin ich? Ja, genau. Schon wieder. Da kann man gar nicht gegenlenken, so wie der aus der Lupe hier rauszieht. Ich krieg einfach keine bessere Zeit hin. 38 Sekunden noch. Bis dahin hast du Zeit. Ah, ich bin halt wirklich letzter. Ein. Maximal zwei Versuche. Eher eine. Ich will nochmal durchs Ziel kommen. Oh nein, er fährt rückwärts doch ewig langsam. Fuck. Scheiße, das noch. Boah, man kann schneller drehen, indem man gegen die Bande fährt. Als wenn man rückwärts dreht. Ja, ich bin noch an meinem Ziel. Keine Bestzeit. Neu mal vier zurück. So schlecht. Ey. Komm nicht mehr an. 2, 3, 1. Doch, ich bin doch noch drin. Und doch geschafft. Game over. Aber nur unter Platz. Aber nur unter Platz. Und ich bin in die 16 Sekunden reingekommen. Kaltgetränk. Ey, Stachelgewitter. Wir sind beide auf dem selben Platz. Selbe Zeit. Wieso stehst du über mir? Oh Leute, weiter geht's. Aber mal ganz ehrlich dieselbe Zeit gefahren. Wie drei Sek... Boah. Was? Drei Sekunden ist doch die Bestzeit. Ja, das ist doch eh gecheatet. Ey, hier ist doch eine breitere Straße. Das ist doch mal gut. Ähm, gleich von Anfang an machen. Scheiße. Ja, tschüss Loki. Ich hab mich auf die Seite gelegt. Wut, wo geht's denn hier weiter? Du musst einmal rum, glaub ich. Jo. Einmal rückwärts. Nein. Ach Gott. Offroad heißt die Map. Offroad heißt die Map. Komm, nochmal neu. Ja, weil der, weil... Offroad. Weil der einmal rückwärts über Dreck fahren ist. Ich glaub, besseren Name ist nicht eingefallen. Alter, wie... Der Checkpoint steht da oben im Weg. Ja, das ist richtig gelogen. Ich find den lustig. Schön breite Straße da. Ja, aber man kann außen... Man kann vorbeifahren, mehr oder weniger. Ja, aber nur wenn man zu blöd ist, den nicht zu sehen. So, Bestzeit. Wer macht denn da eigentlich die ganze Zeit dreckig Liebe mit seiner Tastatur? Willst du das Würfel bitten? Ja! Ich hätt gern Bilder. Der bei dem... Der... Der... Der Jack bei ständig ist. Der, der auch für die... Speziale Fakt hat. Ey, ne Zeit. Sorgt. Ach, ne beschissene Zeit. Oh, meine könnte was werden, wenn ich jetzt nicht noch irgendwo... ...gegen fahre. Aber... Scheiße! Ja, wenn du schon sagst, ne? Ja. Trotzdem zwei Sekunden besser als vorher. Oh, schicker! Buh! Ich filme viel! Ich filme viel! Nice one! Ich hab mal Bestzeit! 55 Sekunden! Boah, ist das schlecht! Das ist... 44, 55... Ihr habt's mit Schnappzahlen, oder? Klar! Der kack Lucky, ne? Ich? Brauch nicht! Ich geb dir gleich! Maung, glaubst du, heißt der Lucky? Ja, genau! Der cheatet die ganze Zeit! Weil Cheater schon vergeben war? Ich weiß noch nicht! Ja! Ich... Da bin ich jetzt auch mal richtig gegen eine Wanne hier. Das hat mir echt Zeit gekostet. Ich frag mich, ob das Spiel abstürzt, wenn man sich gleich benennt. Ich hab deine Abfrage eingebaut. Double Declaration of Null Value. Oh... Oh nein! Selber! Und Java heißt das Null-Pointer-Exception. Ist mir egal. Siehst du, GoOverkill kennt sich da schon aus. Der kann das Spiel weiterprogrammieren. Ja. Der hat schon... Der hat schon... Der hat auch schon... Der baut da ne neue... Der baut da ne neue Engine ein und... Ach Quatsch, die Engine ist doch gut, die läuft doch. Mit meinen Java-Skills, ja. Man könnte da die Sprünge ein bisschen besser machen. Nein! Ich würd sagen, Meltzer macht das. Meltzer ist doch so gut im Programmieren. Du musst hier die Unreal Engine 4 nehmen. Ja, der Spielabbrecher, nehmen wir den. Der ist so supra. Klar. Leute, ihr müsst euch die Unreal Engine 4 nehmen und so ein hässliches Spielprogramm machen. Ich glaube, es gibt auch schon ein Spiel auf Unreal 4... Oder auf Unreal-Basis. Wenn ihr mich aber nicht so sehr habt. Vielleicht ändern sie auch nur Total Conversions. Naja, da gab es schon ganz andere... Da gab es auch eins hier. So ein... So ein... So ein Horrorspiel. Was wohl auch schon auf andere Engine 4 basiert. Die wollen ja jetzt das neue Metal-Nex-Holid-Duff für Erf�ete rausbringen. Die sollen das am besten für Liener-Ausgleich mit daraus haben und bin ich zufrieden. Jeden Fall! Erster! Gemell, Drea! Du machst wieder alles kaputt! Ach dumme. Oh, voll der Cheater! Die Hulk-Walter, wir machen immer Spaß! Und die Deutschen die machen immer alles kaputt! Nein! Bin ja wirklich hinter Kurschäcker, boah das ist so schlecht! Ey, voll die Flasche! Es wird mir zu denken geben! Mir auch, aber ganz gewaltig! Ich bin besser geworden, aber noch nicht dein Kurschäcker ran! Oh Lucky, lass den Scheiß! Ich mach überhaupt nichts! Du hast eigentlich mit Stacheltreif! Und du hast auch das Ziel gesehen, oder? Kacke, kacke, kacke! Ich werde diese Aufnahme auch löschen! Weil sie so unglaublich scheiße ist! Du wirst nur den Teil, wo du gewonnen hast zeigen, oder? Ja! Alle laden so ein Stück die Strecke, wo er als Einziger durchgekommt! 5-Minuten-Schnipsel, zack! Es reicht nicht zu zeigen, dass er da schnell zu war! Nein, er muss auch noch zeigen, dass er der Beste ist! Bye bye! Ich versteh'n! Ich will hupen können! Und überhaupt Ton haben! Den Ton, den hat er sich... macht das sicher selber! Bringt das was die Strecke rückwärts zu fahren? Nein! Hast du schon ausprobiert? Natürlich! Das gibt es doch nicht! Ihr habt super Zeit! Und dann knall ich am letzten... Am Ziel vor dem scheiß Balken! Und dann ist Game Over! Dankeschön! Immer dann, wenn man es so denkt! Ich hab nicht gedacht! Ich hab gedacht, jawohl! Ja eben, das ist das Problem! Simple 8, Leute! Jetzt geht's rund! Im wahrsten Sinn! Simple 8! Simple 8! Simple 8? Das glaube ich bestimmt nicht hin! Ich mach du Scheiß! Ne, das wird Kacke! In der Mitte ist Kacke! Zum Glück gibt's dann keine Kollision oder so! Oh ja, die Mitte ist scheiße! Hier bautzt man wieder sonst wo hin! Oh Gott! Das man auch immer so richtig entgegenhüpft, oder? Das ist ne simple Art! Und hier geht's! Ey, ich bin beim Start! Ich muss doch zum Finish! Alter! Ich bin falsch rumgefahren! Moment mal! Mein Skill Level! Mein Skill Level! Scheiße! Ich hab beide Pfosten mitgenommen! 10 Sekunden langsamer Smeldrian! Warte, jetzt komm ich! Hä, wieso bin ich denn schon wieder am Start? Wie muss man denn langfahren? Ja, das halt ich doch auch! Ich muss wieder zurück! Ach, dann musst du unten sofort links rumfahren, oder was? Ja, Simple 8, ne? Der verarscht dich! Aber das kann ja nicht sein! Ich hab doch noch nicht 8 voll dann! Ach, dann musst du einmal im Kreis dahinten fahren! Ja, Simple 8! Ja, ja! Eher ne Simple Zero, aber wurscht! Oh Scheiße! Ich die Bande! Ey Lucky! Hä? Ach komm, stell dich doch nicht quer! Melton ist immer noch besser! Was willst du eigentlich? Aua! Der Schmerz! Dieser endlose Scheißschmerz! Sei leise, du bist Erster! Ja und? Ich will besser sein! Ich will der allerbeste sein! Er musste besser als 10 Sekunden sein! Das kriegst du nicht hin! Klar! Nein, noch nicht so weit! Scheiße! Ich hab mich jetzt komplett gedreht! Jetzt! Bam! Ha! Du blöde kleine Schlampe! Wenn du keine High Heels tragen würdest, würde ich dich jetzt echt beleidigen! Verdammte Axt! Und jetzt fahr ich auch noch gegen diese blöde Kackachter! Ja! Ach komm, jetzt dreh dich doch nicht immer! Kacke! Dann fährt er auf der falschen Seite der Fahrer! Ja, aber das Auto ist doch gespiegelt! Ah ja, das ist so gespielt! Das ist auch nur sehr gespiegelt, damit das keine Renault ist! Das ist ein Engländer! Das sind Engländer, die sind das geworden! Nein, das ist gespiegelt! Das ist kein Renault, sondern ein... Warum blieb der Scheißwagen jetzt würzig so aus? Ja, das blieb ich auch grad! Kacke! Der blieb der Bratwurst, Phil auch! Ja, hab ich auch grad gedacht! Schon wieder hinter mir! Oh, oh! Das ist nicht dein Spiel! Ey, wieso konnte ich den jetzt auf einmal nicht mal nach rechts lenken? Ich war endlich mal halbwegs gut! Der ist ja doch überhaupt nicht im Ziel! Also ich weiß, wer heute in Koko einen ewiger Zweiter kriegt! Oder ewiger Letzter! Oder kommt noch nicht mal durch die Runde! Verfährst dich immer! Nein, ich knall immer irgendwo nach vorne! Oder so eine hellgrüne Urkunde auf der steht, Ich hab grad heute gelernt, was ein Auto ist! Auch sehr beliebt! War sehr fleißig! War stets bemüht! Ja, genau! War stets bemüht! War stets bemüht! Aber... Punkt, Punkt, Punkt! Jetzt komm, Alter! Was ist das für ne Scheiße hier! Du kriegst auch nicht mehr hin, ey! Ja! Kommt! Es ist so simpel eigentlich die ganze Karte! Und dann haben wir noch vorletzter Platz! Oh fuck! Immerhin nicht letzter! Warst mal eine Minute! Und zehn Sekunden! Ruhe! Schau wie der Typ heißt, der das gemacht hat! Irgendwas mit XF! XF hätte ich überm Aufsagen! Gibt's auch gar nicht! Ich hab den wo überholt? Den Sprachlosen! Und der kann sich nicht wehren! Haha! Wieso kann der nicht? Wieso sagt der heute überhaupt nichts? Ich weiß auch nicht! Ich dachte, der hätte sich ein Mikro gekauft! Er hat er! Aber er weiß immer noch nicht, wie man's benutzt! Uhhh! Boah! So knapp an Gorshiker! Boah! Das gibt's ja nicht! Aber nur X Fassen hab ich überholt! Wuhuu! Ah, toll! Na komm! Ich war schon ganz oft Erster hier! So oft wie ich? Weiß nicht! Ich hab's nicht gezählt! Wer bist du denn überhaupt? Was machst du auf meinem Server? Fahd-eckel! Und Fug treiben! Nein! 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 Fahd-eckel! Jetzt gab's da! Das gibt's doch nicht! Das war dieses Scheiß-Teil! Ah, ja toll! Game over! Was für ein Mist! Ja, ich bin auch schon wieder hinter Gorshiker! Nein! Letzter Platz! Ja! Ich hab nur X-Fast mehr gewohnt. Was ist das jetzt? Let's start slowly, please! Naja... Let's start slowly... Oh, diese Bumps da gehen schon gar nicht! Oh, Erster! Weiter! Die Strecke ist ja mal scheiße. Ich bin Erster, wieso das denn? Das ist nur ein Allmat. Bin doch auf der alten Karte! Deswegen fliehst du durch die Luft. Ja, wann erinnert denn das? Ah, jetzt. Wenn der Server die anderen abgearbeitet hat. Was ist denn das bitte für'n Scheiß hier? Naja, der, der zuerst so hin... Ziel kommt, der als erstes in den Rang lässt, das fehlt, der kriegt dann der erste... Ja! Das ist total nett, weißt du, weil der schlechteste Fahrrad kriegt am wenigsten Zeit. Mhh, lecker! Das ist nur freundlich vom Server gemeint, das soll auch sein, müde ich schon, reiß deinen Arsch auf! Boah, dass man am Start auch immer durch das Auto der anderen fährt, und man nicht sieht, wo man hinfährt! Ja! Ich fahre jedes Mal gegen die Bande! Ja! Nein! Gott! Aber wenn zwei Autos ineinander fahren, und auf einmal löst sich ein Auto... Ja! Wer ist da? Finde ich auch immer klasse! Welches ist denn man dann selber? Der wo steht? Warum steht der wo? Stachel, geh mir aus meiner Kamera! Vielleicht versucht er gerade sein, sein Mikro ins Thunderbolt reinzustopfen. Ah, verstehe. Was denn jetzt? Wer benutzt die Thunderbolt? Thunderbolt! 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 Hey, Lucky, wer hat dir erlaubt, schneller zu fahren als ich? Das weiß ich nicht! Ich? Ja, aber ich nicht! Kick it! Kick it vom Server! Nix da! Kick! Kann man überhaupt kicken auf dieses Spiel? Noch nicht! Noch nicht implementiert! Ich kann noch alle kicken! Kommt noch! Lass dir noch was vor dir! Das wird dann unser Java-Programmierer hier einbauen! Kick-Option! Aber nur für den schlechtesten von allen! Nein! Ich weiß, was ich mache! Man kann alle Leute kicken, bis auf mich! Mich kann man nicht kicken! Geil, ey! Auf die Implementierung bin ich gespannt! Wenn ihr ganz nett seid! Bestimmt checkt, dass es damit 127-0-1! Check! If Player is! If not! Then! Ja! Ich glaube, es schaut ein bisschen anders aus! Juhu! Ich bin nicht der Letzte! If IP not gleich 127.0.0.1! Kick! Ja, genau! Und if not player equals robokill Kick! Ey! Wieso kriege ich keine bessere Zeit hier? Das ist zu kurz! Ja, ist es! Yep! Nein! Ich bin gerade 1A aus dem Ring geflogen! Ich kriege auch keine bessere hin! Ich auch nicht! Bisse! Ich hab's euch gerade ein bisschen! Ja doch! Die können besser werden! Ich hab Meldern voll überholt! Bam! Ich war 3 Millisekunden schneller! Hardcore! Handbremse ist Leertaste! Ne, das ist Backspace! Ja komm, wir können jetzt alle Backspace rummachen! Ne, ihr darf mal nicht Backspace drücken! Dann macht's ja von euch allen den extrem krassen Fortschritt kaputt auf der Bahn! Extrem krass! Ich will ja nicht, dass ihr das alles nochmal fahren müsst! Was die vom Sekunden? Aber die Westside ist mal nicht gesheatet! Ja, super! Ich bin so knapp an Meldern dran! Das gibt's ja nicht! So ist das hier im Blocktag? Naja, so knapp ist das nun auch nicht! Doch, das ist knapp! Das ist ganz schön knapp! Ja! Luki, ich hoffe, du bedenkst, wenn du das auf YouTube hochlebt... Können wir das mal bitte kurz wertschätzen? Luki, ich hoffe, du bedenkst, wenn du das auf YouTube hochlebt, dass YouTube maximal nur 15 Minuten Videomaterial hat! Nein! Nein! Ich hab schon 16 Minuten hochgeladen, das geht! Sag mal, in welchem Jahr lebst du noch? 2010 oder so? Ja! Du kannst auch 100 Stunden hochladen! Da bin ich wieder! Ich bin mal gespannt, ob die YouTube schon die 60 FPS von mir annimmt! Mit dem normalen Konto? Mit dem normalen Konto kannst du so lange hochladen, wie du willst! Endlich! Ich bin auch gesperrt auf 15 Minuten noch! Was? Du machst auch schon voll ewig! Dann hast du einen Strike gekriegt! Nee, ich hab mich nicht freigeschaltet! Ich will denen meine Kack-SMS-Nummer nicht geben! Hab ich auch nicht! Du brauchst auch nicht! Ja, war aber deren Aussage! Nein, du kannst... Ja, ja, ich weiß, das steht da, aber darunter ist ein Link, dass du das überspringen kannst! Ganz klein so! Schriftgröße 0,865! Er hat die letzte Chance jetzt! Ja, ganz so klein dann auch nicht! Nee, ich bin raus! Scheiße! Schade! Ah, das wär so gut gewesen! Aber ich bin noch gut rangekommen an Lucky! Was hab ich denn rausgemacht? 12 Sekunden! Ist der hier rückwärts gefahren, oder wie? Hört sich jetzt auf, oder wie? Nein! Wer sagt das denn? Nein! Ich dachte jetzt, weil die seid raus! Ja, weil wir die Runde nicht fertig fangen! Das ist doch die von vorher gewesen, oder? Nein! Nein, diesmal! Super Cleophan! Hier gibt's ganz viele tausende Boosters und man kann überhaupt nicht lenken und das Ziel fährt fähig! Oh Gott! Checkpoint! Ja! Und! Und! Ja! Ja! Du bist so ein Lacker! Ich darf nicht lenken! Ich bin schnell als du! Und! Na! Jawoll! Ich hab das! Guckt euch das an! Ich hab ihn gleich wieder vom Thron geschubbt! Ah! Scheiße! Das ist ein Scheiß-Checkpoint-Banner! Ja! Das entscheidet sich komplett vorne in der ersten Kurve! Ja! Halt! Schleudert mal die A-Uhr herum! Ja! Bist du deppert! Lucky's letzter Haar! Bestzeit! 23200! Wuhu! Nach dem Booster darf man auf keinen Fall lenken! Irgendwie! Nein! Da kommst du so ins Schleudern! Ja! Bäm! Scheiße! Fass! Ja! Bäm! Alter! Ja! Ja ich bin einfach durchs Checkpoint und ins Ziel rein! Und mit ganz viel Glück! Nein! Ah! Ja das ist doch genau das was du brauchst! Super! Ich bin geradeaus drüber geflogen! Und! Sofort bis über die Map! Über die Map? Ja! Über die Map bin ich grad geflogen! Ohne Scheiß! Wie kommst du denn da hin? Soweit flieg ich gar nicht! Wie ist das so für dich? Also ihr kriegt das auch hin! Wenn du auf der Strecke und nur ein bisschen schleudern kommst! Ja! Die Karre erstmal so voll im Breakdance rum! Dann kannst du ja gleich in den Neustart! Voll! Ja! Durch! Und jetzt! Komm! Und! Ah! Das gibt's doch nicht! Nein! Das ist scheiß Banner! Ich bin wirklich vertikal auf diese scheiß Banner geflogen! Ja! Jo! Ich bin über den Mann eingeflogen! Wie ist die für Trackmania-Verhältnisse gehört! Schon mal durch? Ich bin übers Spiel! Ich bin übers Ziel gebounced! Yes! 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 Haha! Ich hab es! Und! Ja! Meldria! Das ist ja mal voll die Cheater-Zeit Meldria! Das ist doch nicht! 13-0-0-0! Oh Alter! 13 Sekunden genau! Cheater! Ja! Will ich auch sagen! Cheater! Das ist unmöglich so was zu schaffen! Du weißt doch! Jeder der besser als das so ist ein Cheater! Ja das sowieso! Jeder der schlechter ist ist ein Noob! Das ist ganz wichtig! Das ist doch einfach! Aber da steht doch auch im Duden! Cheater! Jeder der besser ist als Nox Phasma! Ja! 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 Du bist ja das Internet oder? Ja ja! Ich bin! Ich bin gerade gegen das schöne Finish-Schild geflogen! Oh Gott! Und davon abgeprallt! Ja! Ich versuche ohne der Zeit! Ich glaub Meldria ist jeder Cheater langsam! Ich stehe unterm Checkpoint! Weil du besser bist als alle anderen! Oh! Boah! Aber wenigstens hab ich gerade noch einen richtig schönen Stunt gemacht! Boah! Urgeiler Breakdance! Schade dass es keine Punkte gibt! Oder extra Zeit oder so! Das wär geil! Flips und sowas! Für jeden... Für jeden vollständigen... Schade! Schade! Vollständigen Überschlag gibt's eine so coole Zeitabzug! Ja! Oh dann... Dann wär ich aber gerade mit Minus so und so drüber reingeknallt! Boing boing boing! Und! Jawoll! Das könnte was werden! Das könnte was werden! Ne das wird nichts! Gar nichts! Das wird direkt mit das! Das ist... Richtig was geworden ey! Das gibt es doch nicht! Ich hab... Ich hab... Ich hab gute Zeit... Richtig was geworden ist! Ihr seid alle so gut gewesen! Deswegen bin ich trotzdem auf den dritten! Das gibt's doch wohl nicht! Aber die denn da... Ich hab irgendwann leichten links oder rechts... Dass ich gegen die Bande f... Ja du musst vor den... Muss vor den Turbos schon gerade kommen! Sonst kriegst du dich ganz schwer nur rum! Ja! Sobald... Sobald der Turbos an ist, dann passiert alles! Aber du flerst immer weiter aus! Ja! Ja! Die war okay! 13,3! Und... Komm ich mach das jetzt nur weil es lustig aussieht! Ja! Ich bin ehrlich über beides drüber geflogen! Also zuerst... Über das eine dann bin ich aufgekommen! Und dann hab ich dann so auf der Katapultess über das zweite auch drüber geflogen bin! Oh ja! Das ist immer nicht besser! Verdammt! So! Ich werd immer besser! Nein! Übers Ziel! Das wär so gut gewesen! Wie kommt ihr denn übers Ziel? Wenn man auf den Boden aufkommt und dann drüber schon! Was?! Das wär so gut gewesen! Das wär so gut gewesen! Die hätt ich gern noch länger gespielt! Die war gut! Die war echt geil! Hab ich gespannt was noch kommen dürfe! Echt auch! Hey! Hey! Die zweite Version davon! Super! Cleo Bro! Ich weiß gar nicht! Getrag! Das war lust! Finish kommen. Vor allem, wie wir überhaupt den Checkpoint kriegen. Ihr müsst den Turbo benutzen. Was für Turbo? Leiterste? Leiterste. Was war das, ey? Das war grad ziemlich cool. Voll die Totsteuerung. Ne, Steuerung. Aber echt mal, ich komm doch nicht mal durch den Checkpoint oben durch. Ne, ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Aber die haben fliegt gar nicht hoch genug. Und dann in 7 Sekunden. Ins Ziel könnte ich vielleicht reinkommen, wenn ich glücklich aufbounce oder wieder. Ja, jetzt mal ernsthaft. Geht nicht, oder? Ist schon jemand durch den Checkpoint durch? Ne, durch den Checkpoint, nö. Also, wenn ich jetzt den Ersten war. Kann man da irgendwie ne Taste drücken oder so? Aber muss man überhaupt von hier aus durch? Vielleicht muss man weiter... Achso, das geht doch noch. Das Ziel hier vorne, achso. Ja, man muss da durch. Geht doch gar nicht. Da vorne ist so ein Doppelhüpper. Habt ihr das eigentlich gesehen? Dass da so zwei... Na, ihr wisst schon. Dings sind? Ne. Doch, ja. Bügel zum Hochhüpfen? Bodenwellen. Ja, ja, gut. Aber das bringt dir ja nichts. Ja, ja. Darf ich erwähnen's mal? Ja. Ich mein, du kannst ja gerne, du kannst ja gerne abbremsen und über den ersten Bügel rüber und dann innerhalb von einer hundert Sekunde voll beschleunigen. Ne, da kommt es definitiv nicht drauf. Ich bin schon gerade wirklich mit Vollspeed da rein. Irgendwie wird Trickzip sein oder so, muss man da... Ja, einer hat's in sieben Sekunden geschafft. Also ich bin im Ziel. Äh, das Ende vom Ziel ist auch mitten im Berg. Also ich komm jetzt auch nie mehr zurück zu euch, weil ich einfach vorm Berg stehe. Das ist ja das Schöne, Physik ist ja hier ein Tramp-Wort. Fast so gut wie ein Stunt-Rally. Ja, aber das ist wirklich... Hier kommst du... Kannst du vergessen. Ich weiß auch nicht, was sie mit der Map hier gemacht haben, aber die ist... Also da muss irgendwie... Da muss was schief... Entweder ist das ein Prototyp oder da ist was schiefgegangen. Oh, das ist ein Trick. Oder die Physik ist alle zurückgesetzt. Ey, jetzt hört doch auf! Oder die Physik hat sich geändert. Nee, die wollen... Wer auch immer ist gewesen, der wollte uns ne Chance geben. Ah, das ist nett. Danke. Ich fahr die ganze Zeit gegen die Band. Das sieht aus. Ja, das ist... Ist doch unfair, aber es geht doch gar nix. Geh mit meiner Laterne. Und deine Laterne geht mit mir. Boah, guck mal, wie cool ich bin. Yeah! Rein hat geguckt? Nein, das ist nicht machbar. Überhaupt nicht. Ich glaub's eigentlich auch nicht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, mit diesen ganzen... mit diesem St. Martin, wenn dann immer hier ein paar Kinder waren, die ja dann heulen waren, weil deren Laternen abgefackelt sind? Nö. Bei mir haben sie teilweise... Bei mir sind sie auch nie abgefackelt. Bei uns gab es die Batterien. Ne, bei mir auch nicht. Aber bei... Bei ein paar anderen Kindern. Und die waren dann nicht voll am heulen, weil sie keine Laternen mehr hatten. Neugierenspaß bist du ja daneben gestanden und habt ihr alle ausgelassen. Diese kleine Pyromanen, ne? Wahrscheinlich hat er dir angezündet. Ich hab grinsend meinen Kerl gefressen da, diese Stutendings. Nee, der kommt mit mir und nimmer hoch. Nee, komm schon auch nicht. Ich schätze mal, dass die... Ich schätze mal, dass die... Guck mal, da drunter kommt ja noch ein Stück Ende. Wie er das gerade eben schon sagte. Ich schätze, dass das... Die Sachen, die hier noch sind, die hier noch, äh, dass die eigentlich da dran gehören noch. Weißt du, wie ich meine? Ja, nee, ich glaub nicht. Das ist so eine Bodenwelle, die hab ich schon vorher auch mal gesehen. So mit Doppelzicht. Ja, ja, aber das ist, ja, das sind einfach nur easy Bauteile. Ich glaub trotzdem, dass das, ist wahrscheinlich abgebrochen, das gehört da hoch. Und das ist unter dem eigenen Gewicht, ist das zu verhören. Ja, genau. Deswegen können wir die Map nicht schaffen. Ja, weil die haben Physik eingebaut, aber nicht alles berechnet. Wir haben harte Brücke aufgehört. Ja, guck mal, wenn du, wenn du da reinfährst und versuchst, du hinzufahren, schaffst du es nicht mehr, weil du zurückgepusht wirst. Ja, liegt am Kopf. Ich mag das. Gut fürs Genick. Noch drei Sekunden, dann ist es vorbei. Du wirst, ich habe irgendwie Lust, ein Renault Clio jetzt zu fahren. Wieso das denn? Ich weiß nicht. Hast du etwa Schleichwerbung geguckt? Das ist doch gar kein Renault Clio, wer hat denn das erzählt? Das ist kein Renault. Warte, ich lese das gerade mal vor, das ist ein, ich kann es nicht lesen. Das ist ein, ich kann es nicht lesen, ich kenne das Bruder gar nicht. Oh, das ist zu weit weg. Ein Trua. Du musst einfach bremsen. Ja, genau, genau, das hatte ich auch vor. Trua. So, ist vorbei, game over. Das war lustig. Ich habe gewonnen. War voll lustig. Ja. Was kommt jetzt? Wie seht ihr? Wie seht ihr? Oh, die habe ich gefahren, die ist dumm. Was? Everything is awesome. Everything is good if you're part of the team. Warum sind da solche Blöcke im Weg? Weil. So halt. Einfach so halt. Nein. Oh. Geht weg. Ich muss umdrehen. Oh, das war aber knapp. Oh, Israsse, ich finde. Ihr müsst ihr abbiegen. Ja, geht nicht. Ihr habt sich auf die falsche Seite gedreht. Die Strecke ist gut. Wer braucht da einfach so Blöcke in die Gegend? Die Strecke ist gut, weil das ist die erste Seite drei Strecken, die wir schaffen. Guck dir mal an, was da oben steht, wer die Map gemacht hat. Und dann frag dich nochmal, warum da Blöcke in der Mitte sind. Whisky. Pass du Whisky, habe ich gehört. Pass du Whisky. Pass du Whisky. TX4. Frage tut leider nichts. Whisky, das ist wirklich Whisky, ist das geil. Pass du Whisky. Press Whisky, ey. Juhu. Wie es nach den Autogeräuschen immer so kurz ruhig wird, das ist cool. Alter, das würde mich ja so anpissen, wenn bei mir die ganze Zeit so ein Krach wäre. Und dann ist es einmal ganz kurze Ruhe und du denkst hier. Und dann rupt einer. Damit.